Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Pollack. Heute mit dabei ist... Der depressive Weltenkrieger. Naja, wir spielen ein paar Runden vor, Guys. Ich probiere, Velti in den Ohr zu treten und denen keine Chance zu lassen. Yippie! Ne, weißt du was? Ich bin ganz vorne. Ich will die Runde als erstes Mal gewinnen. Danach können wir es machen. Okay, ne, hier ist schlecht. Gut, dann gebe ich mir auch Mühe. Etwas. Boah, ich bin nicht mehr gespielt, Alter. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Da spielst du doch öfters. Ich bin Erster. Ich auch. Warte mal, bist der... Ah, du bist vor mir! Ich bin Zweiter, Moin! Nein, bin ich nicht. Schade. Ah, komm her! Du bist vor mir, ich seh... Junge, ich bin hinter dir, du Vogel. Nein! Ich dachte, du bist der Vogel. What the fuck? Ich bin auch ein Vogel. Ja, du warst doch hinter mir. Einer. Ja, ich bin auch hinter dir. Ich seh dich da hier rumhüpfen. Ah, dann habe ich einen anderen Vogel begrüßt. Okay, ich bin geplant gegangen. Hier gibt es Tauben... Tauben gibt es wie Arsch am Meer, du. Wie Arsch am Meer? Ja, wie Arsch am Meer. Wie Arsch am Meer, Alter. Tauben gibt es wie Arsch am Meer. Ihr wisst Bescheid, Leute. Warte vom Ziel, bitte auf mich, okay? Jo, wenn ich nicht Erster sein werde, dann ja. Wenn ich Erster sein könnte, dann fick dich. Alter, ihr klein... Hohin, Söne! Huh. Ah, okay. Hallo. Hey. Moin. Hi. Moin. Was willst du machen? Du Wichser! Er hat auf die Fresse bekommen. Oh, nee. Oh, der Arme. Oh, das war mies. Oh, Gott, Alter, der tut mir so leid. Lol. Nein, Team spielen, na super. Bitte sei nett. Wir müssen... Ich will nicht in Valley's Team sein. Bitte nett in Valley's Team sein. Bitte nett in Valley's Team sein. Wir müssen doch nix Eier klauen. Der Osterhase ist nicht der Freund. Ich bin Team Rot. Du bist? Ja. Nein! Zwei goldene Eier bei uns. Bitches, kommt her. Ich fick euch. Aufpassen, der eine hat... Der eine hat Ei. Der eine hat Ei. SOS, der eine hat Ei. Der eine hat Eier. Der eine hat die Eier. Der eine hat die Eier. Ich hab den weggeschlagen, Alter. Ja, aber ich bin Karate-Kids. Warum habe ich ein Ei von dir selber geklaut? Verpiss dich? Nein. Lass die Eier in Ruhe. Ihr Wichser. Wir sind zweiter. Wir sind letzter. Wir sind roten. Doch, Gott, du dumm Kopf. Ja, und die klauen die Eier. Ich sag doch, ich will nicht in ein Team mit dir sein. Das passiert immer. Ja, trock doch hier in blau zu blau. Wir sind zwei goldene Eier. Ja, was denkst du, was ich gerade vorhabe, Alter? Gut, du hast ein Ei. Alter, what the fuck is mit dem Ei. Alter, was ist los hier? Ich komme nicht hoch. Ja, du musst ganz am Rand springen. Dann kommst du hoch. Fickt euch doch. Ah, aus. Komm, sag mir bitte. Dein Ernst, das ist die einzige Tür, die nicht aufgeht. Das ist die einzige Tür, die nicht aufgeht. Wollt ihr mich verarschen? Warum? Du sagst halt, es ist gut, wenn er hier ganz hinten ist. Wo bist du überhaupt? Ganz hinten. Hi, hey. Ich bin hinter dir. Nein. Nimm mir den Verrückten weg. Komm her, Bruder. Scheiße, nein. Hilfe. Hilfe. Oh, nee. Ich habe den falschen Dino geschnappt. Ich habe den falschen Dino geschnappt. GG. Aua. Oh Gott, ich lebe noch. Ich bin... Ich spam, ich spam, ich spam, ich spam, ich spam, ich spam, ich. Bitte ganz links ist... In der Mitte? Ja, okay, komm. Oh Gott, gangbang. Ja, geil. Und ich bin... 16. Easy. Ich bin über 39. Ich würde schon fragen, hast du das geschafft? Ich würde erst warten, aber dann warst du kurz. Warum tust du mir das an, Ed? Warum spielst du mir das an? Alter, die schockst mich die Huren. Ja, musst du... Komm, rüber. Ja, qualifiziert, Alter. Siehste, hör auf den Valley. Ich hasse es. Oh ja, das ist einfach. Ich hasse es, weil ich immer dafür kacke, weil mich irgendjemand herunterschubst, bevor sie die Ziellinie erreicht haben. Das ist einfach, das Flash. Am Anfang kann man noch verkacken, aber so am Ende einfach warten, bis ich es gehabt habe. Weißt du, was ich am Anfang direkt mache? Rüberspringen einfach. Ja, Trick 17. Warte. Geet. Direkt in den Tod gesprungen. GG, we're played. Hey, dann wird das theoretisch der Zweitweg sein, oder nicht? Jo, geil. Ey, guck mal, hallo. Ja. Okay, Alter, ich komme mal zu euch lieber. Die Daube ist hinter dir. Ach Gott, nee. Er pisse. Äh, welcher Weg geht? Äh, ne. Ach nee. Ja. Nein! Ah, ich hasse diese Map. Mein Skin ist fertig. Das beginnt. Ach, du auch. Ja, ich wollte auch mal ein Dodo sein, aber ich bin so ein Leckerer, weißt du? Warum schubsen die, schubsen die mich auf die Seite, wo, wo es eh zu geht? Ach Gott, Alter, und da komme ich nicht durch. Ich hasse diese Map manchmal. Und zwar nicht, weil die Map scheiße ist, sondern weil die Leute hier scheiße sind. Ich bin schon beim Finale jetzt. Ich auch. Ich bin gerade am Sliden. Ja, ich hab's. Kommst du auch? Ja, ja. Ja! Yay! What the fuck, Alter? Verpiss mich doch mal. Hä? Wie? Diese Stange ist schon längst an mir vorbeigegangen, Alter. Aber okay, nehme ich mit. Ich bin gerade, äh, eine Stufe weiter. Ich back in einem, Alter. Du, wie konntest du bitte schön hochklettern? Äh, R2 halten. Das geht? Ja, klar! Na gut. Oh Gott, nee, willst du mich gerade verhauen? Nee. Aua. Lol, ich hab den Checkpoint da bekommen, wo ich nicht mehr rübergekommen bin. So, warte, wo bist du? Wo bist du? Kommt. Gott, Alter, wurde ich weggeschleudert. Faltrottel, Alter. Ich hab ne Trophäe bekommen, die heißt Faltrottel. Ja, okay, dann mach ich halt nicht. Ich mach standardmäßig. Ich hab ne geile Trophäe bekommen. Faltrottel, Alter. Die sind ja richtig nicht vom Gang. Der hat mich nicht mal angefasst. Ich weiß nicht, was für ne Range das hat. Ne, ich muss durch die Mitte, sonst verkacke ich es oder so. Ja? Nein! Hat es dir deine Frage jetzt beantwortet, wo ich sei? Bitte, steh auf. Komm, du schaffst das, ich glaub an dich, Brudi. Juge, ich komm nicht mal! Ja! Guck mal! Ist das geil für dich? Sowas zu sehen, ja. Ich schau nicht mal zu, ich hab keinen Bock mehr. Wo bist du überhaupt? Ich bin ganz allein. Ich nehm dir. Ehrlich? Ich seh da kein Herz oder so. Was für ein Herz? Ja, man sieht immer so eine Art Herz dort. Ein Dreieck über den... Ja, oder so. Ich bin Zweiter, ich bin hinter dem Ersten. Ich will den Ersten grabben. Oh, ne, 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 ne. Nee, du, das ist... Ich bin immer noch Zweiter. Ich bin halt der Hinteren, aber das ist ja früh eher weniger. Ja, ich bin immer noch Zweiter. Nur der eine ist vor mir grad. Das ist die einfachste Map im Game, die ich auch am meisten mag. Ja, die ist einfach. Bis auf das Ende. Das Ende kann... Es gibt's Momente, wo ich mir denke, Digga, das sind einfach nur Spacks. Also da müssen die Spieler... Das Ende ist einfach. Ja, wenn die Kugel dich in der Ecke nimmt und du nicht mehr rauskommst. Ja, das ist was anderes. Das hat ich auch schon gehabt. Aber ich kam irgendwie raus. Gerade so. Ja, ich manchmal nicht. Nein, verpiss dich, Kugel. Hab ich schon durch? Sechster. Ah. Bist du schon drinne? Ich bin vorm Ziel. Ich guck mal, was du so machst. Bruh. Ich wurde durch die Kugel in den Ziel geschleudert. Ich war grad auf dich. Ja, ist gut zu gucken. 40. 42. Beste 20% Alter. Ich wollte da noch warten und als letztes reingehen und dann kommt die Kugel over meinen Kopf, Alter. Ich war 35 da. Der eine wollte einfach nicht runter bei mir gerade. Bei mir sind direkt alle runtergeknallt. Nee, nee, bei mir hang einer noch, weißt du? Ja, ich hab ja auch gesagt bei mir, du. Ja, ja, ich sag ja, bei mir hang einer. Nicht, dass er es nicht wollte, sondern bei mir hat einfach nur einer gehangen. Und weiter spielen, du. Ja. Aber hat keine Kraft mehr in den Arsch. Nichts, nein, gut, ich lebe noch. Ich mag, ich mag das. Ich mag die Map, was heißt das? Die ist einfach. Ja doch, die geht noch, die geht vollkommen fit. Bitte sag mir, aber ich bin ganz vorne. Da hab ich sogar ne Chance, Top Ten zu werden. Also das ist viel besser als die Scheiße Wippen. Die Wippen hasse ich auch. Ich spring direkt runter. Ah, weißt du was? Ich liebte mich nach unten. Vom Blauen aus, aber her, weißt du? Wohl, ich komm hier gerade easy durch. Ja, ich hab's easy geschafft das erste Mal. Ich auch. Ey, du bist rechts, ich bin links. Nice. Ja, nice, ich bin erster. Ich schub's jeden weg. Oder ich bin nehm hier erster. Okay, okay, ich geh ganz in die Ecke. Mitte kann ich nicht durchkommen. Mitte komm ich nicht durch. Ach du Kacke, Alter. Wie viele jetzt hier sind auf einmal? Ja, ich bin schon beim Schwammelding. Ich auch. Zweiter. Ich bin Zweiter. Zehnter, Elfter und ich bin Dreizehnter. Okay, geht fit. Ich bin Zweiter gewesen, Alter. Weißt du, was der Trick hier ist? Du musst ganz am Rand laufen hoch. Die können dir nix anmachen, diese Teile. Ich bin einfach mittig gegangen. Nee, ganz ehrlich, ich geh ganz rechts oder ganz links. Die können dir halt nix nicht anfangen. Ich bin mittig gelaufen, kein Problem. Ich hätte den perfekten Rhythmus gehabt. Stabil. Ja. Da muss man auch der Wipptisch erstmal finden. Immer rein und rausch. Immer rein und rausch. Du Schlingel. Ich habe gute Gehirn dafür. Weißt du? Ich gehe mal in die Ecke und gucke da. Geh immer ganz da hinten. Das ist mein... Ja, qualifiziert. Ich bin's. Ey, das Ding ist, ich habe immer jetzt geraten. Ich bin einfach zu der Merchit gegangen. Ja, wenn du keinen Plan hast, geht zur Mehrheit. Ist immer so. Wenn ich runterfalle, ist es also. Jo. Alter. Der Rest ist einfach Rage gequiltet. Ich will aber nicht mit dir im Team sein. Wir sind wie siamesische Zwillinge. Uns kann man nicht trennen. Fuck. Cooler ihn weiter. Ich versuche, Gelb aufzuhalten. Ich halte selber Gelb auf, Alter. Ach, Junge. Wir müssen Blau weiter voranbringen erstmal. Ja. Oh, warte, warte. Was? Ah, fuck. Ich habe Kopfgeschwissen. Wir haben gewonnen. Easy, easy. Easy. Okay, wen wollen wir? Team Rot oder Team... Oh. Ja, da können wir nicht mehr, wenn wir... Wir haben Unfall infiziert. Oh, schade. Aber Rot gewinnt jetzt auch. Ja, ja. Scheiß gelben, Alter. Oh, nee. Warum die Krone? Das ist drei Mal in der Finale mit der Krone. Ich bin eher am Arsch. Und? Ich bin sogar... Wir sind sogar mittig. Also vorne. Ja, zweite Reihe. Zweite Reihe, wenn ich gesehen habe. Du bist ja entweder... Besser als letzter. Ja, ja, zweite Reihe. Oh Gott, guck mal. Ach Gott. Gehst du immer durch die Mitte oder gehst du immer rechts? Ich gehe immer durch die Mitte. Ich auch. Eigentlich. Ich bin der Erste. Ich bin wirklich der Erste. Nein. Ja, ich bin der Erste. Ich bin der Erste. Ich bin der Erste. Ich schaffe es. Ich gewinne es vielleicht mal. Ich gewinne das Erste. Ich bin der Erste. Ja, Polakken. Nein. Ich schaffe es nicht mehr. Definitiv nicht. Komm, hol dir den Sieg. Hol dir den Sieg. Es war in diesem Moment, dass Jackson wusste, dass er auf. Nein. Scheiß Krone. Nein. Ich habe es auch nicht geschafft. Was soll noch so ein scheiß Musken, Alter. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Mitleids-Daumen nach oben für mich und den depressiven Valley da. Abonniert auch meinen YouTube-Kanal und Valley's ist in der Beschreibung verlinkt. Und wir sehen uns danach im nächsten Video oder Stream wieder. Ciao. Ciao. Küsschen aus Nustien.